TMD. Was bedeutet TMD? TMD bezeichnet die temporomandibuläre Dysfunktion. Es handelt sich hier um eine krankhafte Störung des Kiefergelenks, bei der die Verbindung von Unter- und Oberkiefer gestört ist. Das Kiefergelenk als komplexes Gelenk ermöglicht seitwärts-, vorwärts- und rückwärtsbewegungen des Unterkiefers. Wenn dieses komplizierte System aus Knochen, Knorpeln, Muskeln und Bändern nicht einwandfrei funktioniert, führt dies zur Kiefergelenkstörung.